Kopenhöfer verursacht den vierten Eckball für die Rangers. Im Moment ist den Schotten das gelungen, was die Bayern gerne möchten. Konterspiel. Eckball durch Willie Johnston. Und das 2 zu 0. Seppmeyer bekam den Ball nicht weg im Zweikampf mit Colin Steen. Und da müssen wir schauen, wer der Torschütze war. Der Mann mit der Nummer 4, Parleen. Der Mann mit der Nummer 4, Parleen, das wird jetzt auch vom schottischen Kollegen bestätigt, erhöht auf 2 zu 0 für die Rangers. 22 Minuten sind gespielt. Hier der Ersatzmann 2 zu 0 für die Rangers.